Meine lieben Zuschauer, der Kryptomarkt bietet gerade in den kleineren Zeiteinheiten sehr interessante, hochspannende Formationen an. Wenn man aber eher ein alter Sack ist, ich sag's mal wie ich, dann ist man nicht der größte Freund der kleinen Formationen, dann möchte man eher etwas vielleicht über mehrere Tage handeln. Für diese Spezies von Tradern gilt aktuell die AHS-Formation, auch bekannt unter auf Händen sitzen. Also Hände auf den Stuhl, dann draufsetzen, damit man erst gar nicht auf die Idee kommt, irgendetwas drauf loszufummeln, denn wir sind mittendrin und voll dabei in dieser Range. Nichtsdestotrotz ist es nicht nur für die kurzfristigen Trader total interessant, will ich euch sehr gerne zeigen, sondern ich möchte auch nochmals mit euch aus mittelfristiger Sicht sprechen und darüber, wann ich denn gerne wieder etwas bei den Kryptowährungen handeln wollen würde. Denn auch wenn die ganz kleinen Informationen für mich nicht interessant sind, so kann es sein, dass in den nächsten Tagen doch das eine oder andere wieder mal für mich abwählt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Und falls ihr euch sagt, na also wie klein muss es denn sein, dass da etwas tradet, also ich habe euch das zuletzt gezeigt, wir haben XRP gehandelt gehabt und haben in zweieinhalb Tagen 24% getradet. Das ist etwas, was ich total gerne handele, denn ich hatte euch auch in der vorletzten Ausgabe gesagt, Obacht, liebe Trader und liebe Kryptonauten, wir haben bei Ethereum einen Ausverkauf gesehen, von der 4.2 an die 3.000 und jetzt bildet sich hier diese Flaggenformation mit höheren Tiefs und höheren Hochs, aber sehr träge. Also Ausverkauf dann eine träge Konsolidierung. In der Regel wird das nochmal einmal abgearbeitet und da habe ich euch gesagt, nochmal minus 25% in Richtung 2.8, gerade wenn diese Zone bärisch aufgelöst wird und dann nochmal der Markt da hinkommt. Genau das hat er gemacht. Und dann ist er in unsere Zielzone gelaufen, jetzt hat da einer in den Kommentaren geschrieben, du hast gesagt 2.8 bis 2.7, der Markt hat aber 2.818 gemacht, Zielzone wurde nicht erreicht. Also ich finde, wenn wir von 25% sprechen, dann gut, den Rest überlasse ich da euch. Was mir in dem Zusammenhang ebenfalls wichtig ist, wisst ihr, wenn wir über die kleineren Zeiteinheiten sprechen, wenn wir über mittelfristige Zeiteinheiten sprechen, dann können wir sagen, da bildet sich etwas, eine Formation, die man dann anschließend handeln kann. Das kann auch durchaus mittelfristig sein. Es kann sogar langfristig aus technischer Sicht möglich sein und sagen, oh, der kommt auf eine langfristige Unterstützung. Auch das kann man mittels Chartanalyse voraussagen. Was man meiner Meinung nach mit Charttechnik nicht machen kann, ist man so da drauf schaut und sagt, also anhand der Chartanalyse kann ich euch voraussagen, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Bei allem Respekt, die Experten, die aus technischer Sicht langfristige Ziele abarbeiten können, aus rein technischer Sicht, das ist dann für mich Kaffeesatzleserei und das ist auch der Grund, warum dann Charttechnik zu Recht in Verrufung gerät. Denn ihr könnt zum Beispiel jetzt weder bei einer Kryptowährung noch bei einer Aktie voraussagen, was in 5, 6, 7, 8 Jahren passiert. Denn da spielen die fundamentalen Daten eine viel größere Rolle. Und damit gesagt, und damit es nicht untergeht, meine Theorie, die ich immer wieder hier auch auf diesem Kanal vertreten habe, und ich möchte ganz bewusst dazu sagen, ich bin mit dieser Theorie in einer absoluten Minderheit. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes das so darstellt, denn diesen Chart, den ihr seht, den habe ich an unserem Blumenbegrechner selber gebastelt. Das ist jetzt nichts, was ich mir abfotografiert habe. Ihr seht, ich habe es schon mal gezeigt gehabt, deswegen mache ich es nochmal schnell, ihr seht in blau dargestellt den Bitcoin-Chart in Dollar und in weiß die US-Finanzkondition. Und man sieht während der Corona-Pandemie die Finanzkonditionen werden lockerer durch die Geldpolitik der FED, der Bitcoin-Preis steigt. Dann sehen wir die hohe Inflation, die FED macht die Finanzkonditionen strenger, der Bitcoin-Preis fällt, zuletzt wurden die Finanzkonditionen lockerer und der Bitcoin-Preis steigt. Immer wenn die Finanzkonditionen lockerer werden, dann steigen insbesondere sehr stark hochspekulative Assetklassen dafür, dazu gehören aus meiner Sicht gerade Altcoins, aber auch Bitcoin gehört meiner Meinung nach in diese Kategorie hinein. Und nochmals, ja, ich weiß, dass sehr viele von euch sagen, es gab ein Bitcoin-ETF und eine Zulassung in den USA, hast du das nicht mitbekommen. Absolut. Und ich glaube, dass das das nochmal verstärkt hat. Etwas, was lange eine Korrelation abbildet, ist Finanzkonditionen Bitcoin. Und wir sehen, dass der Markt derzeit eher von strengeren Finanzkonditionen wieder ausgeht oder sich strengere Konditionen bilden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es weniger Zinssenkung in diesem Jahr geben wird. Und wenn wir jetzt aus fundamentaler Sicht auf Bitcoin zu sprechen kommen und darüber reden, na hält er die 60.000 oder geht es in Richtung 50.000, dann entscheidet das meiner Meinung nach eher, ob die FED jetzt im Juni doch noch die Zinsen senkt oder ob es September wird oder ob es doch noch November werden wird. Ob es dann zwei Zinssenkungen sind oder nur noch eine. Und deswegen rein charttechnische zu sagen, die 60.000 hält oder die 60.000 bricht oder die 70.000 hält oder bricht. Ich glaube, dass das so nicht möglich ist. Trotzdem können wir einiges daraus ablesen und das wollen wir auch gemeinsam machen. Vielleicht könnt ihr euch an unsere letzte Ausgabe erinnern. Da habe ich euch gesagt, Obacht Leute, Ethereum ist zum einen im Bereich einer wichtigen horizontalen Marke bei 2.8 angekommen. Dann sehen wir von dieser gesamten Aufwärtswelle seit dem 26. Januar die 61. Fibo Marke hier bei 2.905 Punkten. Und natürlich ist die 3.000 eine psychologische Marke. Und deswegen hatten wir gesagt, hier in dieser 3.000 bis runter in Richtung 2.7 über den Tagesstand, die horizontale Unterstützung, hat der Markt das Potenzial, eine Gegenbewegung zu machen. Ich hätte euch sogar gesagt, wenn man etwas spekulativer ist und noch ein bisschen tiefere Marken abwartet, 2.7, vielleicht 2.6, können das sogar wirklich mittelfristig total interessante Zonen sein. So, ganz so tief sind wir nicht gekommen. Für den Fall, dass ihr meine Ausgaben in den letzten Wochen nicht geschaut habt, erlaubt mir bitte nur zu sagen, alle Analysen, die ihr hier seht, die sind durch ein Algorithmus berechnet und dargestellt. Das heißt, die Charts sind fertig. Ich lese eigentlich nur ab, was hier in diesem Chart drin steht. Bedeutet, wir haben über den 4-Stunden-Chart gesagt, wir haben die psychologische 3.000, wir haben das 61er-Fib, wir haben eine horizontale Unterstützung und wir haben gesagt, der Markt hat das Potenzial, von hier eine Gegenbewegung zu machen. So, jetzt sieht man, dass hier ein kleiner Boden sich gebildet hat und dieser kleiner Boden, der, Verzeihung, hat die rechnerische Zielzone von 3.360 Punkten Obacht. Es muss nicht so sein, dass die ganzen 100% nach oben kopiert werden können. Manchmal macht der Markt auch nur so 70 bis 80%. Das heißt, so rechnerisch ist Großteil der Zielzone dieses kleinen Bodens von der Unterstützung schon erreicht. Merken wir uns. Wenn wir jetzt in die Stunde gehen, oh, wir haben eine doppelte horizontale Widerstandszone laut Anfängen und ihr glaubt nicht, wie viel Fibomarken eine entscheidende Rolle spielt. Von dieser letzten Abwärtswelle ist das 61er-Fib bei 3.300. Merken wir uns. Und, ach, wir haben schon wieder so eine Bärenflagge, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Also, hier ist der Ausverkauf, hier ist die Konsolidierung. Jetzt könnte man sagen, also wenn das bärisch aufgelöst wird, Halleluja, dann könnte es ja ganz heftig werden. Moment. Erstens, wir kommen hier gerade an der Oberkante der 3.300 an und im Moment haben wir seit 3.000 von einer starken Unterstützung, auch wenn es kurzfristig ist, auch wenn es seit dem 19. April ist, ein Aufwärtstrend. So, wenn ihr mich fragt, wenn ich jetzt nicht gerade etwas in einer kleineren Zeiteinheit traden möchte, dann muss ich euch sagen, pass auf, setz dich hier fest, total genial, in dieser Widerstandszone nimm beides zusammen raus. Was hast du dann erreicht? Oh ja, warte mal kurz, stimmt. Dann hast du ja einen größeren Boden gebildet. Dann wäre das für so einen Opa wie mich auch noch interessant, weil ich dann sagen kann, okay, dann hast du das Potenzial sogar wieder in Richtung 3.800 zu laufen. Um das zu handeln für mich persönlich reicht es aber nicht, wenn jetzt Ethereum sofort durchschießt. Ich sage nicht, damit wird dann Ethereum nicht an das Ziel laufen, doch kann es laufen. Nur ich möchte folgendes, ich möchte, dass die Bullen da hinkommen und sagen, guck mal, guck mal, ich gehe nicht mehr weg, ich setze mich fest, ich setze mich fest, das gibt mir die Möglichkeit, mit einem engeren Stop-Loss zu arbeiten. Ich muss nicht meinen Stop-Loss da unten setzen, denn, also stellt euch jetzt ab, nur rein theoretisch, stellt euch vor, der fummelt sich sowas zurecht. Ja, dann kann ich doch total gut meinen Stop-Loss hier drunter setzen, hier. Dann kann ich hier total gut meinen Stop-Loss hier drunter setzen, sagen wir mal, er bricht aus, ich warte auf den Rücksetzer, dann sage ich, das ist mein Ziel, alles klar, da setze ich meinen Stop-Loss. Cool, 1,5 war CRV. Das muss er aber machen, indem er mir zeigt, der Widerstand interessiert mich auch. In dem Augenblick, in dem er das nicht macht, ja klar kann man das auf der Long-Seite traden, kein Problem, ich glaube nur, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Die geht dann in Richtung, weiß ich nicht, 51, 52 Prozent. Während er sich da hinsetzt, festsetzt, dann haben wir eher eine Wahrscheinlichkeit, dass es in Richtung 60 Prozent geht. Gut, was ist denn jetzt mit Berisch unten? Ich habe, also ja, ich sehe eine Widerstandszone. Also wenn ihr in einer größeren Zone, wir haben jetzt 3,3, ich gehe nochmal einmal kurz in den 4-Stunden-Chart. So, das heißt, wir haben Unterrand bei 2,8, Oberrand 3,7, den echten Oberrand haben wir bei 4,100. Also wenn irgendjemand sagt, ja, ich verkaufe hier schon mal mittendrin und voll dabei, bitteschön. Aber ich sehe nichts, warum ich jetzt was auf der Short-Seite fummeln sollte. Ganz anders war das zum Beispiel, als wir bei Ethereum diese klare Formation in einer kleineren Zeit gesehen haben. Also, an den Widerstand gelaufen, über die Stunde zu sehen, check. Größere Widerstandszone, check. Gibt es klare, deutliche Hinweise dafür, dass der Markt jetzt fertig mit der Aufwärtsbewegung? Nicht check. Kann er jetzt die Widerstandszone brechen? Klar kann er das. Ist das, was ich traten kann? Tut mir leid, sehe ich nicht. Etwas anders ist es bei Dogecoin. Und folgendes, und vielleicht nochmal eine Sache zu unserer Chart-Software, worauf ich total stolz bin. Wenn euch das nicht interessiert, spult vor, ich will euch gar nicht damit nerven. Ich weiß, dass viele von euch TradingView nutzen und TradingView hat eine App, die haben wir noch gar nicht. Und TradingView hat super viele Indikatoren und ganz viele Kurse, haben wir alles nicht. Eines, worauf ich total stolz bin, ist, webbasiert, ohne dass man eine App installieren muss, wenn man einfach diese URL hier nimmt, kopiert und in einem anderen Tab oder in einem anderen Fenster einsetzt, dann zeige ich euch mal hier, also die sind alle miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder zu Bitcoin gehe oder wenn ich zu Ethereum gehe, dann seht ihr nicht nur, dass alle Charts automatisch sich ändern. Sondern es ist auch so, in dem Augenblick, in dem ich zum Beispiel hier im 4-Stunden-Chart etwas abspeichere, dann wird das in einem anderen Fenster mit abgespeichert, rein webbasiert, nativ. Wenn ihr eine Chart-Software kennt, die das kann, Multiscreen, webbasiert, die kommunizieren miteinander, das speichert und es läuft so flüssig, dann schreibt mir das total gerne in die Kommentare. Meines ist es ein Alleinstellungsmerkmal, das unsere Entwickler ermöglicht haben. So, falls euch das interessieren sollte. Wenn wir jetzt zu Doge gehen, Doge würde ich euch gerne zeigen, weil, ich zeige es euch an einem Tag, seht ihr diese 1, 2, 3, 4, 5 Tage, diese Seitwärtskonsolidierung und guckt mal, was mit dem Volumen passiert. Ist fast weg. Das ist in der Regel dafür indikativ, dass der Markt jetzt auf die nächste Bewegung wartet. Jetzt gehen wir mal ganz absichtlich in die ganz kleine Zeiteinheit, in den 15-Minuten-Chart. Ah, in einer ganz kleinen Zeiteinheit. In dieser Range, ah, guck mal, was der Markt gebildet hat. Also jetzt hat er hier den Anstieg, einverstanden. Gut. Und der konsolidiert das jetzt hier. Oh, Verzeihung. Mein Fehler. So. Jetzt konsolidiert er das hier. Das heißt, für den Fall, dass die 0, 1, 6, 4, 5 bullisch aufgelöst wird, dann hat der Markt Potenzial, die nächste Welle zu machen. Immer, wenn du in einer kleinen Zeiteinheit irgendwas fummelst, musst du dir die größere Zeiteinheit angucken. Ansonsten ist es so, als würdest du irgendwie den kleinen Bruder verprügeln wollen und du achtest nicht darauf, dass er große Bruder hat und er dir vielleicht die Fresse polieren könnte. Deswegen, wenn wir jetzt mal in den 4-Stunden-Chart schauen, dann würdest du sagen, ah, ja, Entwin, zeig es mir. Hier ist eine horizontale, bei 16,86 hält, konsolidiert, fällt durch, ist zum Widerstand. Wunderbar erkannt. Richtig geile horizontale Marke. Das heißt, ich trade in die nächste Widerstandszone, so in Richtung der 17 Cent. Heißt das, ich kann das nicht traden? Doch. Es ist nur so, dass ich mir darüber im Klaren sein muss, ich trade in die nächste Widerstandszone. Was also meiner Meinung nach nicht geht, ist, angenommen, das Ding bricht, keine Ahnung, um 23 Uhr und ich sage, gib ihm, gib ihm. Das wird schon gut gehen, denn das ist ein Trade in einer kleineren Zeiteinheit. Ich finde, dafür muss man davor sitzen, gerade wenn man weiß, dass das die Zielzone ist. Denn, ich habe das mal hier mal einmal schon mal fertig gemacht. Angenommen, wir lassen den ausbrechen, angenommen, wir sehen, da kommt wieder Volumen rein, also so wie hier. So, bricht aus, kommt wieder zurück, setzt auf diese Horizontale auf, zählt im Bereich von 17 Cent. Moment, und ich könnte, ihr seht, er hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen bewegt, aber angenommen, B, oh, Moment. So, angenommen, der geht so ein bisschen in Richtung, knapp über 17, so 17, 10. Dann habe ich 1,3er CRV, aber auch hier muss er sich festsetzen, muss es mir beweisen, und dann kann ich etwas additiv auf der Long-Seite kurzfristig handeln. Also, bullische Formation unterhalb von Widerstandsmarken. Und wenn ihr sagt, ja, das finde ich alles total interessant, aber ich verstehe so wenig davon. Egal, ob ihr euch für Enfin Ultra entscheidet, das heißt, inklusive dieser Autotools, oder, äh, und alle meine Trades, oder nur Enfin Pro nehmt, also nur die Autotools. Und, im Übrigen, ich brenne euch auch mal gerne ein paar Trades der letzten Tage und ein, zwei Wochen ein. Das sind nicht alle, gerade die letzten Wochen haben wir exzellente Trades gemacht. Dann ist es so, dass ab Mitte Mai ich in einer zehnteiligen Masterclass euch beibringe, wann haben Formationen hohe Wahrscheinlichkeiten, wann haben sie niedrige Wahrscheinlichkeiten, welche lasse ich weg, welche sind besonders interessant. Und, wie funktioniert das zum Beispiel, ausbrechen lassen und wieder zurückkommen lassen. All diese Dinge werden wir dann, äh, dort besprechen. Und ich werde euch natürlich auch zeigen, wie ihr diese automatisierten Tools besonders gut nutzen könnt. So, Doge also in einer kleineren Zeiteinheit, in einer bullischen Konsolidierung, in einer größeren Zeiteinheit, in einer Widerstandszone. Irgendwas auf der Short-Seite, also, ich muss euch ehrlich sagen, man kann natürlich diese Range, gerade mit der Unterkante bei 15,50 handeln wollen, wäre ich deswegen zurückhaltend. Erstens, wir haben hier extrem viele horizontale Marken, das zeigt auch, dass wir mit einer Konsolidierung sind. Wenn ich sie einmal ausblende, Ausverkauf, Konsolidierung. Wenn diese größere, bärische Konsolidierung sich klarer zeigt, dann vielleicht, jetzt gerade ist mir das noch zu viel mittendrin und voll dabei. So, wenn wir jetzt in dieser kleineren Zeiteinheit bleiben und uns zum Beispiel Bitcoin angucken, dann können wir sagen, ach, Bitcoin in einer kleineren Zeiteinheit? Nehmen wir die Horizontalen wieder rein, die automatisiert erkannten, okay, Okay, Anstieg, klare Konsolidierung, Bruch der 67.150, konservativ 67.300, hat das Potenzial, dass der Markt nochmal eine Fortsetzung nach oben macht, in der kleineren Zeiteinheit. Wir gehen mal absichtlich in die größere und wir gehen in den 4-Stunden-Chart. Ich hatte euch zuletzt gesagt, Leute, achtet darauf, Bitcoin hat 61er FIP bei 59.500, psychologische 60.000 und eine horizontale Marke, der hat das Potenzial, hier eine bullische Bewegung zu machen, wenn er dann hier wegkommt. Wenn er hier liegen bleibt, dann könnte es gefährlich werden. Bitcoin schafft diese nächste Welle zu machen in Richtung 67.000. Liebe Leute, wir sind in einer Range, Oberkante 72.000, 73.000, Unterkante 60.000. Alles dazwischen zu handeln, finde ich persönlich nicht gerade einfach, es sei denn, es bilden sich sehr klare Formationen. Ich zeige euch das einmal als Beispiel hier in der Stunde. Da sehen wir, oh, da oben stimmt auch etliche horizontale Widerstandsmarken, zwischen 67.000 und 68.000, bevor wir die ganz großen Widerstände bei 72.000 erreichen. Und die Unterstützung horizontal ist bei 65.600. Wenn jetzt jemand ein geiler Range-Trader ist, dann kann er sagen, ja, wenn die Range bärisch aufgelöst wird, dann ist das Ziel, sieht man ja auch, in Richtung 64.000. Kann man handeln? Wenn ihr wieder zu mir kommt, würde ich sagen, der Opa, der würde wollen, dass diese Range richtig sauber angezeigt wird. Denn gerade wenn die Range nicht groß genug ist, gibt es nicht genug Leute, die auf dem falschen Fuß erwischt werden können. Kann ich euch bei den Webinaren erklären. Das ist alles aus meiner Sicht eher kurzfristig. Deswegen, für den Fall, ich gehe mal kurz in den 4-Stunden-Chant, wir haben, schaut mal Folgendes, das ist jetzt rein spekulativ, wie kommt man die 60.000, zackertum, okay, wie kommt man die 60.000, oh, auch schon durchaus ein zackertum, das was wert ist, 12, 13 Prozent. Wir wissen auch nicht, bis wohin es geht, also ich müsste hier ein Fragezeichen machen, aber erst, wenn ich sehe, also der nächste Bounce wird dann ja noch kleiner, dann würde ich anfangen, darüber nachzudenken, dass vielleicht die 60.000 brechen kann. Jetzt gerade brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, was mit 60.000 passiert. Ich persönlich habe zu wenig Information. Was ist denn eigentlich damit so, die 72.000 zu verkaufen, weil wir ordentlich abverkauft wurden. Also, folgendermaßen, während man in einem Aufwärtstrend tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief vielleicht sagen kann, oh ja, wir sind hier im Bereich der 61er-Fibur-Unterstützung, spekulativ vielleicht so eine Unterstützung kaufen kann, so wie man es zum Beispiel bei Bitcoin hätte machen können, guck mal, wir haben hier einen Aufwärtstrend, einverstanden, wir haben hier einen Tief, Tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, kaufst dir 61. Okay, das ist in Richtung des Trends. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn man gegen den Trend dann anfängt, hier bei 78 oder 61 etwas zu verkaufen. Würde ich nicht machen, denn der Markt kann auch einfach an dieser Zone weiterlaufen. Und deswegen, auf der Short-Seite traden, Oberkante vielleicht, aber nur, wenn wir das, was wir jetzt so in der kleineren Zeiteinheit auf der Long-Seite sehen, andersrum sehen. Das heißt, erst den Ausverkauf und dann die Konsolidierung. Und darum, ihr wollt was in der kleineren Zeiteinheit traden? Wunderbar. Hier, ihr habt eine Range in einer Stunde. Man kann Range-Trading machen. In einer kleineren Zeiteinheit. Ansonsten sind die Formationen, die sich hier gerade bilden, aus meiner Sicht nichts für klassische Swing-Trader für ein paar Tage. Und wenn wir von mittelfristigen Unterstützungen sprechen, ich bleibe dabei, die nächste richtig starke mittelfristige Unterstützung bei Bitcoin ist im Bereich der 50.000. 61er-Fib ist bei 51.800 von dem Tief seit dem 30. Januar, was wir hatten, 27. Januar. Es ist die psychologische Marke, es ist eine horizontale Marke, es ist die 200-Tage-Linie. Ist eine wichtige, starke, mittelfristige Zone. Sorry, Leute. Gibt andere, die euch sagen, kauft bei 50.000, der macht 100.000, 150.000, 200.000. Bewundere das, sie das können. Ich kann euch sagen, für mich wäre das eine interessante, mittelfristige Zone. Gerne etwas tiefer als 50.000. Falls die 60.000 klar angezeigt bricht, dann haben wir auch das Potenzial, diese Bewegung zu machen. Ich freue mich auf eure Kommentare, in denen es dann wieder drin steht, Lebenszeit verschwendet und so weiter. Ich hoffe, dass ich eure Lebenszeit nicht verschwendet habe. Tatsächlich ist mir ein Anliegen, euch einen Mehrwert zu bieten und wenn das der Fall ist, ein Däumchen, wäre ein absolutes Träumchen und vielleicht habt ihr Lust, nicht nur mit uns gemeinsam zu traden, mit mir gemeinsam Chart-Analyse zu lernen, sondern auch eine geile Chart-Software zu haben, die euch einfach eine unglaubliche Erschneppbarung bringt. Würde mich freuen. Gehabt euch wohl, habe die Ehre. Danke. Ich nehme euch das. Untertitelung des ZDF, 2020